so leute hier stehe ich autos fertig dachgepäckträger ist drauf ich versuche mal über das wochenende auf dem comic park ein kleines video tagebuch zu machen ich fange an hier mal einzupacken dann geht es los nach erfurt aufbauen heute schon und morgen ist leo auch mit am start mal gucken aber ein bisschen blödes zeug für euch quatschen können und ich fange mal an mit ein paar leute ihr seht das auto ist voll ich habe hier dachgepäckträger voll alles mögliche kissen actionfiguren helme da fehlt das am start in findet die handschuh comics natürlich alles mit dabei pokémon karten das autos gekrachte voll ich mache jetzt los ich fahre nach erfurt ich baue den stand auf wir sehen uns morgen und oder sonntag ich freue mich auf euch bis dahin hello party people ich bin angekommen in erfurt hier seht ihr die riesige markthalle wir sind hier am hintereingang räumt schon mal ein ich gehe nachher noch mal vorne raus zeig es euch schon mal kurz von vorne da wird auch schon fleißig aufgebaut und ich fange hier mal an so leute jetzt sind wir hier mal draußen da hinten da wartet hier das apokalyptische zirkus glaube ich hier vorne eingang hier werden die transformers sein die händlerstraße hinten und ganz viel mehr noch das wird richtig cool morgen schöne springbrunnen hier zum abfühlen am eingang ich habe schon mal das auto ausgeräumt ich räume jetzt den stand auf etwas zu essen bis später so leute ich bin fertig hier ist unser stand ihr seht es hier actionfiguren replikas jede menge comics gebraucht und neue schönes indie zeug redmobil ein haufen zeug comics gebrauchte figuren alles da wir sehen uns oder das ist ja im nachgang das video also ich hoffe ihr war da hat spaß gehabt bis morgen so so guten morgen das wichtigste oh ja wunderbar ich höre schon ein aber es ist nicht so schlimm das schadet heute nicht mein fußraum ist voll neuer kaffee ja das habe ich noch nicht umgebaut denn leo hole ich ab ich versuche nämlich ein video tagebuch ein bisschen zu machen für unseren youtube-kanal jetzt geht es los ab nach erfurt samstagmorgen zu dem komik leute gleich geht es los hier ist schon andrang an den kassen wir haben kit jurassic park auto und jede menge andere coole autos ich gehe jetzt noch mal kurz eine kleine runde der stand steht soweit die stellung und dann was haben wir zehn vor neun gleich öffnen sich die tore um neun dann geht sie los und geht scharf hier ein krasses batman auto also ein audi irgendwas glaube ich mit batman motiv sieht ganz cool aus springbrunnen stehen noch still alles ist aufgebaut die transformers stehen schon machen wir euch nachher mal noch ein video wenn die in aktion sind dann geht es ab alles klar bis später aus den saalfelder feengrotten ja leckeres märzen wir es ist jetzt kurz nach zehn wir haben beschlossen kein bier vor zehn heißt es ja hier drüben sind gerade jede menge leute bei den synchron sprechern von ich glaube one piece und keine ahnung und ihre autogramme hier ist gerade hier ist deswegen gerade ein bisschen ruhiger und wir nutzen die zeit machen einfach unser erstes bier auf post und ja hier kommen bestimmt gleich mehr leute wie findest du es mich jetzt hier ist klasse waren jetzt erstmal überschaubar aber der erste joker ist schon weg und das ist immer zaubert ins grinsen aufs gesicht ganz schönes gelände hier also egerpark mit den palmen pflanzen schöne atmosphäre schöne halle gefällt mir auch erstmal so vom feeling ein bisschen besser als in jena wir schauen da auch mal raus ein bisschen rum also erfahrt ist gar nicht so schlecht bis später so brust ich hab's hier unterm oren die biere der erste tag der samstag ist zu ende es ist glaube ich weiß nicht halb sieben oder so wir haben sieben auch genau verdacht naja jedenfalls hier ist alles zu ende wir haben stand soweit zugemacht also wir sind weggegangen haben so ein paar wegbier eingepackt wir geben uns jetzt zum zug fahren nach hause es war ein wir vermiedern uns paradies nachdem wir hier in der hölle waren nein es war wirklich ganz toll man muss wirklich sagen es ist eine großartige veranstaltung der krasse regen nee also die veranstaltung war toll es hat mal unglaublich krass geschifft zwischendurch ihr seht hier ein polizei auto ich dachte das auto genau ihr kriegt vielleicht mit dass wir das ein oder andere bier schon getrunken haben während der veranstaltung es war eine coole veranstaltung hier ist der jeep aus jurassic park es hat unglaublich krass geschifft zwischendurch geregnet wir auch aber wir waren ja zum glück in der halle und es war trocken und jetzt gehen wir zur straßenbahn fahren zurück nach jena damit wir morgen früh wieder ins paradies bis dahin wir sind am bahnhof hier unser zug ist gerade eingefahren ja der typische bierzug genau wir sind auf dem heimlich prost bis morgen guten morgen es ist sonntag wir sind im zug nach erfurt pünktlich keiner hat verschlafen und ja los geht's wir sehen uns später und sehen so an zurück am stand ein kaffee ich zitter wieder wie die sau die ersten leute sind schon da schnell bevor parkinson stefan ganz ergriffen die ersten leute sind in der halle aber es ist heute für die uhrzeit noch recht leer wir haben auch noch vorz küssen da hier oben genau genau die ersten leute sind da wahrscheinlich frühstücken alle noch entspannt zu hause und kommen dann so wie meine familie auch ihr seht hier ist ein paar leute sind schon im park stefan heiratet heute ich ja wir werden uns vor dem deadpool priester das ja wort geben mal sehen da gibt es auch ein tolles foto eine urkunde gucken uns nachher mal an ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind am X-Wing, hier seht ihr, riesen X-Wing, wir gucken mal, ob das Kind da rein darf oder wir vielleicht zu zweit und dann geht es zu Heavisaurus, zur Monster Band So, Heavisaurus läuft, ich drehe mal das Handy um Aus suddenly Ja, 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 ja ist mir ja Teilهular des G Bolden Och du hast ja lemon Mas du hast ja beau Ja, 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 ja. Ja, ja! Schluss in die Tafel, schau mal nach die Tafel, was ist dein Maul? Ein Bein zu groß, entscheidend jetzt ein Lied, was ist immer, wenn die Zahn für das ist lieb? So, so mit der Wartung, du warst nicht weiter, da ist es ein Ziel, ja! Wollt mein Schatz und fester, so mit dem Schenker, wunderst du ein Kante! Ein Stich, schwarze Leute, wo noch nichts verandert, den Obenkader, zeig doch, was du willst! Und wir sind raus, und wir sind raus, schließen richtig laut! Und alle Dinge, tanken ausdrücken, singen rufen wir auf! Lach's, wo du bist, wenn du en ray alltid gehst, was ist recoil map, heils aber viello, was du willst, sei! So, so mit dem Wartung, du warst nicht weiter, da ist es ein Spiel, ja! Nee! Sein Spiel, wir sind raus, ja! Untertitelung des ZDF, 2020